lange nicht gesehen und doch wiedererkannt würde ich mal sagen ja lange nicht gesehen auf youtube ging halt einfach nichts über den winter und ja ich hoffe ihr habt alles gut überstanden bisher ersten zwei monate sind ja nun auch schon wieder rum und ich mache mich jetzt auf den weg der reste ausbringen mal vorbei gucken was da so los ist aufnahmen machen und später abonniere 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020